Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiland und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement auf der Verbotenen Insel. Und dafür müssen wir einmal reinschauen und erkunden und dann Dracheninsel. Und da haben wir den Erfolg, während wir schliefen. Und für diesen müssen wir folgendes machen. Liefert die folgenden Gegenstände an den Schuppenkommandanten auf der Verbotenen Insel. Und ja, das sind ein paar Tagebücher, wie ihr seht. Und diese Tagebücher können wir hier hauptsächlich auf den Verbotenen Inseln holen. Aber einige sind auch hier im Gewölbe von Zekkerra oder wie man das auch immer ausspricht. Und die drei, die im Gewölbe sind, die sage ich euch jetzt gleich schon mal. Die anderen werden wir jetzt draußen holen. Also Tagebucheintrag, die Horte ist im Gewölbe. Dann haben wir Stille und Gefangene. Diese drei sind im Gewölbe drin. Und hier ist es tatsächlich so, dass die auch immer in anderen Räumen sind. Das Gewölbe ändert sich ja jede Woche. Und dementsprechend können die in verschiedenen Räumen rumliegen. Wir werden nachher mal kurz auch ins Gewölbe reinschauen. Aber da kann ich euch die genauen Positionen nicht sagen. Weil wie gesagt, es ändert sich halt jede Woche. Und dementsprechend ist es da ein bisschen schwierig. Ihr solltet beim Gewölbe eh jede Woche alle Kammern mit eurem Jar aufmachen, wo ihr die Achievements macht. Und alles einklicken, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Gut, die anderen Dinger, die jetzt in den Außengebieten liegen, die können wir uns aber immer holen. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt. Eins habe ich hier von den Außengebieten schon mit dem Main eingesammelt. Und zwar ist das erster Bericht. Den kann ich jetzt hier nicht mehr anklicken. Aber dabei helfen wir uns jetzt mit meinem Twink. Und zwar befinde ich mich jetzt hier unten bei den Koordinaten 55, 36. Und zwar ganz unten rein. Ihr seht, hier sind wir an der untersten Etage. Und hier hinten haben wir das erste Teil, erster Bericht. Das können wir anklicken. Und dann kriegen wir eine Quest. Und diese Quest geben wir einfach im Lager ab. Gibt es ein bisschen Rufe auch. Und ja, dann haben wir das erste schon mal abgehakt. Dann sind wir beim nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 50, 43. Und ja, hier sind wir so ein bisschen weiter oben. Hier seht ihr den Weg entlanglaufen. Und hier oben ist quasi dann Tagebucheintrag Relikt. Das können wir jetzt hier mal anklicken. Den haben wir einmal gelootet. Und ja, den müssen wir jetzt aber noch abgeben. Sonst zählt der quasi hier nicht rein. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier auf den Koordinaten 60, 64. Und dort auch wieder so ein bisschen erhöht sind. Und dort haben wir dann ein Gebäude. Und wenn wir da reingehen, haben wir dementsprechend Tagebucheintrag Experimente. Das klicken wir dann auch mal an. Ich zeige es nochmal. Also hier ist unten der Weg. Dann ein bisschen weiter oben. Und dann in diesen kleinen Turm rein. Dann sind wir am nächsten Spot. Ein paar Meter weiter. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 58, 68. Und dort haben wir einen Eingang zu einem kleinen Gewölbe. Wo wir gleich zwei Stück drin haben. Und zwar gehen wir da jetzt einmal rein. Und also da sind wir bei der Questreihe auch schon vorbeigekommen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr die gespielt habt. Hier haben wir einmal Protest. Und dann haben wir da hinten noch die letzte Warnung. Die sind beide, wie gesagt, hier in dem gleichen Gewölbe drin. So, jetzt gehen wir die ganzen Dinger mal abgeben. Jut, hier sind wir im Lager zurück. Und jetzt können wir die quasi alle abgeben. Jetzt gucken wir mal, es bringt auch immer 350 Ruf für die jeweilige Fraktion. Bei der Allianz sind es ja die Obsidianen-Wächter. Und wenn wir jetzt alle abgegeben haben, tada, poppt einmal das Achievement auf. Ganz wichtig, drei fehlen ja jetzt, wie gesagt, noch. Und die drei, die fehlen also, was ich eingangs hier erwähnt hatte, die Horte, dann Stille und Gefangene. Okay, die gibt es alle hier in dem Gewölbe drin. Wenn ihr die Questreihe soweit gespielt habt, könnt ihr hier rein. Und dann mittels der Schlüssel, also diesen Dinger hier, ihr seht, ich habe schon wieder über 100 Stück zusammen, können wir ja diese kompletten Türen öffnen. Da gibt es insgesamt vier Stockwerke. Wenn wir da nach oben gucken, vier Stockwerke. Und ja, die ändern sich, wie gesagt, jede Woche. Ihr solltet dann auch immer gucken, dass ihr in jeden Raum einmal reinschaut. Und auch dementsprechend alle Kisten aufmacht, beziehungsweise guckt, ob da die Bücher liegen. Einige Räume haben auch eine bestimmte Voraussetzung, wo man irgendwelche Tränke braucht. Dann gibt es zum Beispiel auch so einen Alchemieraum. Da kann man dann leere Fiolen anklicken und dann verschiedene Kessel und die Fiolen füllen. Zum Beispiel mit einem Feuertrank, den man dann wiederum in den Eisraum schmeißen kann. Und erst dann kann man den Eisraum looten und so weiter. Also da gibt es sehr viele Rätsel oder es hängen irgendwelche Thunen von der Decke runter. Da gibt es dann so eine Geschichte, dass man in alle möglichen anderen Räume reingucken muss und dann Ketten ziehen, dass die Truhen runterkommen. Oder es gibt einen Raum, wo so eine Schattenkugel in der Mitte ist. Die kann man anklicken, da muss man wieder in die anderen Räume laufen und sieht dann wieder irgendwelche Truhen in den anderen Räumen liegen und so weiter. Also da gibt es relativ viele Sachen und kleine Rätsel. Man kann da ein bisschen Zeit reininvestieren. Und wenn man Glück hat, dann kriegt man in einer Woche, so wie ich, alle diese Quests in den jeweiligen Räumen. Wenn es blöd läuft, sind aber nicht alle bei euch drin. Weil wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Und auch zwischen Chars ist es unterschiedlich. Also bei meinem Main hatte ich in der ersten Woche jetzt andere Bücher drin. Und auch diese Quests als mit den Twings tatsächlich. Also das ist einfach ein bisschen eine Lacksache. Ich denke mal, wenn ihr das mehrere Wochen macht, dann solltet ihr aber auf jeden Fall alle rauskriegen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.